Und so sieht es bei einem charakteristischen Covet-Patienten aus. Und was man direkt sehen kann, ist quasi, dass die Verteilungsbreite der Verformung viel, viel größer ist. Und das ist auch hier nochmal illustriert. Man kann sehen, dass unter 1 ist eine Blutzelle, wie sie normalerweise, eine rote Blutzelle, wie sie normalerweise aussehen müsste. Und unter 2 und 3 sind schon Blutzellen, die nicht mehr normal verformt sind. Und wir haben halt bei den Covet-Patienten tatsächlich gesehen, dass alle Zwischenstufen, zwischen 1 bis 3, alle Zwischenstufen vorhanden sind. Und das ist höchst ungewöhnlich. Diese Veränderung der Blutzellen ist die bedeutende Entdeckung des ca. 10-köpfigen Forscherteams des Max-Planck-Zentrums für Physik und Medizin in Erlangen. Seit dem ersten Lockdown erforschen sie das Covid-19-Virus. Dazu nutzen die Forscher ein eigens entwickeltes Verfahren zum Analysieren der Blutproben. Etwa 1000 Zellen pro Sekunde. Das Verfahren ist eigentlich sehr ähnlich zu dem, was die Zellen im Körper auch machen müssen. Die sind ja in Lösung und müssen dann durch die Kapillaren durchfließen. Und was wir machen, ist, wir bauen im Grunde diese Kapillaren nach. Wir bauen einen kleinen Kanal und schicken dann alle Zellen nacheinander da durch. Die bewegen sich da sehr schnell bei uns in der Methode. Die bewegen sich 10 cm pro Sekunde. Aber durch einen Kanal, der eben kleiner ist als der Durchmesser von einem Haar. Was wir uns anschauen, ist, wie stark sind die Zellen in dem Moment verformt. Rund 55 Menschen haben an der Studie teilgenommen, darunter Genesene, Erkrankte und Gesunde. Insgesamt wurden über 4 Millionen Blutkörperchen untersucht. Bei manchen Patienten hat man gesehen, dass diese Veränderung über sehr lange Zeit persistiert hat. Dass die also auch noch Monate später immer noch nicht die richtigen Eigenschaften hatten. Und da kam dann die Hypothese auf, dass vielleicht dann auch die Symptome, die mit Long-Covid assoziiert sind, eben diese Müdigkeit und andere Symptome, dass die zumindest zum Teil vielleicht auch was damit zu tun haben könnten, dass die Blutzellen noch nicht die richtigen mechanischen Eigenschaften wiederbekommen haben. Daher die Hypothese, die Veränderung der Blutzellen könnte eine mögliche Ursache für Long-Covid-Symptome sein. Mit diesem Verfahren könnten zukünftige Infektionen frühzeitig erkannt oder sogar Therapien gegen Symptome entwickelt werden. Auf dieser Grundlage sind am Max-Planck-Institut weitere Forschungen an Long-Covid geplant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017